Die Otto-Pachmeier GmbH & Co. Mineralwasser KG feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Sie ist damit eine der ältesten familiengeführten Getränkefachgroßhandlungen in Deutschland. Unser neues Betriebsgelände in Oberhaching liegt direkt an der Autobahn am südlichen Stadtrand Münchens. Hier können wir auf einer Fläche von 32.000 Quadratmetern mit 11.000 Quadratmetern Hallenfläche durch optimale logistische Abläufe unseren Kunden perfekten Service bieten. Ganz wesentlich für den Unternehmenserfolg ist natürlich die perfekte IT-Struktur. Hier haben wir in den letzten Jahren mit unseren Partnern zusammen sehr viel unternommen und sehen uns optimal aufgestellt. Wir liefern jedes Jahr rund 6 Millionen Kisten und Fässer aus unserem Sortiment von über 1.800 Artikeln an unsere Kunden aus. Dazu kommen noch unzählige Serviceartikel für die Gastronomie wie Gläser, Bierdeckel, Kugelschreiber und Flaschenöffner. Bei der Hardware sind wir keine Kompromisse eingegangen und haben uns für Panasonic Toughpads und den Servicepartner PWA Electronic entschieden. Bei der Kommissionierung mit den Panasonic Toughpads gibt es nahezu keine Einlernzeiten mehr. Durch die grafische Benutzerführung vom WMSO gehören Sprachbarrieren der Vergangenheit an. Wesentlich bei der Hardwareauswahl waren Leistung und Langlebigkeit der Produkte. Uns ist außerdem besonders wichtig, dass die Produkte robust sind und sie in all unseren logistischen Einsatzbereichen eingesetzt werden können. Untertitelung des ZDF, 2020 Das neue System unterstützt unsere Logistikabläufe optimal und sorgt für eine nachhaltige Verbesserung unseres Kundenservice. Als Ergebnis der Systemeinführung konnte die Warenverfügbarkeit auf 99,5% erhöht werden und die Fehlerquote in der Kommissionierung gleichzeitig auf unter 1% reduziert werden. Die von uns gesetzten Ziele und Erwartungen an das neue System sind im vollen Umfang erfüllt.